WONER SUCHT ER HIER EIGENLICH? Sie denken, es ist hier? Da ist was, dass Sie uns verschweigen. Irgendwas an diesem Ort ist eigenartig. Das ist kein normaler Bunker. Was ist das? Kriegsgefangene. Für Ihre Experimente. Wow, wird ja immer besser. Worüber reden wir? Krankheitserreger? Nervengas? Sagen Sie mir, was das war! Ich weiß es nicht, das schwöre ich! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020